Es hat sich auf einmal plötzlich alles verändert. Es ist wie ein Bremsen in unserem Leben. Es verschiebt sich die Werte und Priorität. So was hat's für uns einfach noch nicht gehn? Und gut oder schlecht, darauf geht's heut kaum. Es liegt nur an uns, wie wir das jetzt sehen. Wir müssen auf einmal, auf alles fertig. Es sind nur ein paar Dinge, die wir brauchen zum Leben. Wir müssen auf einmal, auf alles fertig sein. Wir müssen auf einmal, auf alles fertig sein. Und es läuft immer schneller, keiner weiß mehr wo gehen. Wir können draus lernen, für die Zeit nach der Krise. Wir müssen auf einmal, auf alles fertig sein. Wir müssen auf einmal, auf alles fertig sein.